Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Nach ein paar Wochen Sommerpause geht es nun auch weiter mit meinem kleinen News-Format hier auf dem Kanal Steinwallens Welt. Und Folge 8 beginnt gleich mit einer großartigen Nachricht, denn Master of Magic ist zurück. Oder zumindest gibt es die Chance, dass es zurückkommt. Das ist ein großartiges Spiel gewesen aus dem Jahr 1994. So eine Art Fantasy Civilization. Das ist das erste Spiel, das meines Erachtens gewissermaßen dieses Civilization-Prinzip in eine Fantasy-Welt gebracht hat. Und hat später natürlich unglaublich viele Reihen beeinflusst. Age of Wonders zum Beispiel und auch andere. Nun ja, und diese Marke, die rote bisher bei Atari, und die wurde nun aufgekauft von Slytherin, dem ja wirklich sehr rührigen und inzwischen ziemlich großen Indie-Publisher, die ja viel Strategie, Grand Strategy und Wargaming machen. Und ich bin mir sicher, die haben natürlich nicht die Marke aus Spaß einer Freude gekauft, sondern ich gehe davon aus, dass es so eine Art Remake oder eine Fortsetzung geben wird. Und das ist wirklich, wie ich finde, eine erfreuliche Nachricht. Das nächste ist, und da bleiben wir mal bei Slytherin, es gibt für das Hexfeld-Taktik-Spiel Order of Battle einen neuen DLC, der erscheinen wird im August, in ein paar Tagen. Hier steht noch kein Termin, aber... Ach doch, hier, 8. August, wir sehen es hier. Und zwar Red Star heißt das Ganze. Das heißt Order of Battle, das ist so eine Art Panzerkorps-Weiterentwicklung, bekommt jetzt also auch ein Sowjetunion-Szenario. Das geht von 1938 bis 1941. Man beginnt, wir haben es hier eben in dem Screenshot gesehen, mit dem sowjetisch-japanischen Krieg. Dann geht es natürlich gegen die Nazis und es geht in den finnischen Winterkrieg. Die Chronologie stimmt hier nicht ganz richtig. Wie auch immer. Das Ganze umfasst 13 Szenarien und soll von 1938 bis 1941 gehen, endet also mit der Schlacht um Moskau. Dann eine nächste interessante Sache und zwar ist ein Online-Spiel von Access and Allies 1942. Ein großartiges Brettspiel, das ihr vielleicht kennt, ist als Early Access hier herausgekommen. Das kostet derzeit 15,11 Euro hier bei Steam und hat im Moment relativ schlechte Bewerbung oder ausgeglichen 63%. Die meisten beklagen die schlechte Performance dieses Spiels, aber ich denke, dafür ist ja Early Access auch da. Insofern lohnt es sich vielleicht, das Ganze im Auge zu behalten, denn eine gut laufende Online-Variante, wo man weltweit miteinander spielen kann, dieses wirklich großartigen Brettspiels, wäre schon eine feine Sache. Es gibt schon sowas, aber da ist das Spielpartnerfinden nicht ganz so einfach. Es gibt, glaube ich, als Free-to-Play-Version. Nun gut, also das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, es sieht ganz schick aus und es hat natürlich 1 zu 1 die Regeln. Es gibt auch ein Tutorial, sollte man im Blick behalten. Vielleicht noch nicht in der besten Verfassung, aber vielleicht wird das ja was während des Early Access. Dann wird am 8. August schon ein neuer und erster DLC für, also inhaltlicher, größerer DLC für Total War Three Kingdoms erscheinen. 8 Princes wird er heißen und das Ganze nennt sich Chapter-Pack. Ein Chapter-Pack ist, zumindest so wie Sie das hier verstehen, etwas, wo man an einem neuen Zeitpunkt ansetzt, was eine Verbindung hat zum Hauptspiel, aber keine direkte Ergänzung des Hauptspiels. Dementsprechend beginnt es 100 Jahre später im Rahmen so eines Erbfolgestreites zwischen 8 Prinzen. Es ist also keine Erweiterung sozusagen der Hauptkampagne, sondern eine eigene neue Kampagne. Ansonsten ist das Spielprinzip dann dementsprechend, dass jeder Prinz irgendwie so einen anderen Zugang hat, andere Stärken hat, andere Spielmechaniken hat, wie wir es eigentlich aus der Hauptkampagne schon kennen. Man kann hier auf der Seite, Link in der Videobeschreibung, sich dann auch anschauen, was deren Spezialfähigkeiten sind, wo die Startposition ist. Sie haben natürlich besondere Gebäude, teilweise besondere Einheiten und so weiter und so fort. Ja, das Ganze, wie gesagt, am 8. August. Wenn euch das interessiert, gibt es auch einen Community-Code, einen Rabatt-Code Prinzenstein, mit dem ihr bei meinem Keyshop-Partner Gamesplanet das vergünstigt kaufen könnt. Ihr seht hier den reduzierten Preis 7,26, Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dem Link folgt, unterstützt ihr den Kanal. Und wo wir gerade bei Gamesplanet sind, da gab es jetzt, nachdem Age of Wonders Planetfall erschienen ist, ein paar Stimmen, die gesagt hätten, sie hätten gerne den Link genutzt und den Community-Code, aber es kam zu spät. Und damit das nicht wieder passiert, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier so eine Art Landing-Page erstellt. Zukünftig wird der Link hierzu in jeder Videobeschreibung erscheinen, in jeder neuen. Und hier pflege ich einfach immer aktuell alle Community-Codes, die es gibt, alle Gutscheincodes, die ihr nutzen könnt. Und hier sind dann auch gleich die Support-Links, die ihr dann nutzen könnt, um mich zu unterstützen. Und das ermöglicht, dass ich das aktuell halten kann, aber nicht für jede Geschichte irgendwie ein eigenes Video hochladen muss. Ich bin ja hier auch nicht irgendwie, also da fühlt man sich so ein bisschen wie so ein Verkaufskanal. Das mag ich nicht so sehr. Deswegen dieser Weg. Und zu guter Letzt, wo wir da gerade bei sind, es gibt auch gerade bis zum 12.8. ein Summer Sale bei Gamesplanet. Auch hier gibt es einen Link dazu, wo ihr dann zur Landing-Page kommt, hier dieses Summer Sales. 1.900 Spiele sind dort bis zum 12.8. im Angebot. Und es gibt jeden Tag auch so eine Art Flash-Deal, 24 Stunden lang, wo dann bestimmte Spiele nochmal rausgehoben werden und besonders günstig sind, zum Beispiel hier heute XCOM 2 für 11.99 oder großartig Transport-Fever für 6.99 und so weiter und so fort. Die ganzen Paradox-Spiele sind da auch mit im Sale. Also wieder mal eine gute Gelegenheit, sich vielleicht den einen oder anderen DLC zu besorgen, den man noch nicht hat. Stichwort DLC und da habe ich jetzt leider die Internetseite nicht offen und vergessen, aber ich sage es euch einfach und packe euch den Link in die Videobeschreibung. Es gibt auch bei Humble Bundle ein aktuelles Angebot, noch einige Tage, wo ihr für ab so 14, 15 Dollar sämtliche DLCs für Crusader Kings 2 und das Hauptspiel erwerben könnt. Das ist ein Hammer-Angebot, also schaut da auch nochmal rein, falls ihr noch DLCs nachkaufen braucht. Das muss man aber teilweise so im Bundle kaufen, da gibt es so verschiedene Stufen. Es gibt auch günstigere Varianten mit weniger DLCs. Aber wer da auch immer mal schon reinspielen wollte, weil er das cool fand, aber ihm das Ganze zu teuer war oder wem eine Reihe von DLCs fehlen, die sollten da zuschlagen. Ist möglicherweise auch ein Hinweis, dass CK2 jetzt am Ende doch des Produktionszyklus angekommen sein könnte. Gut, das war's. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Macht's gut. Euer Steinwallen. Wir sehen uns wieder. WDR 2019